Liebe Susanne, dir wurden eben gerade zwei Implantate gesetzt unter Hypnose. Das ist ja eine richtige Operation gewesen. Wie war das für dich? Ganz spaßig. Spaßig, okay. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ja. Die Vorstellung daran habe ich vorher etwas verdrängt. Die war mir schon unheimlich, aber jetzt war es einfach spaßig. Okay, wie fühlst du dich jetzt nach der Operation? Gut. Gut, sehr schön. Würdest du das nochmal machen? Ja, klar, auf jeden Fall. Super, ich danke dir und wünsche dir alles Gute, auch für den Heilungsprozess. Ja. Dankeschön. Danke. 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 Danke.